Finnell brachte seinen Mitschüler 14 um. Zehn Jahre Jugendknast für Jans Mörder. 15. Hannover, der grausame Schülermord im niedersächsischen Örtchen Blumenau bei Wunsdorf. Am Montagvormittag verkündete die Jugendkammer des Landgerichts Hannover ihr Urteil gegen den Angeklagten Finnell. 15. Die Richter verhängten die Höchststrafe für den jungen Teenager. Zehn Jahre Jugendknast. Eine anschließende Sicherungsverwahrung wurde vorbehalten. Die Urteilsbegründung dauerte 35 Minuten. Rund sieben Wochen verhandelte die Kammer hinter verschlossenen Türen den Fall aus der Region Hannover. Am 25. Januar war die Leiche des vermissten Schülers in einer von Tannen verdeckten Mulde hinter einer Gärtnerei entdeckt worden. Finnell, der unter Verdacht geraten war, führte die Beamten selbst zum Versteck. Unter dem Vorwand spielen zu wollen, lockte er den Mitschüler in eine Falle. Dann erschlug er den Achtklässler mit einem Stein, deckte den Toten mit Steinplatten ab. Bereits vor Prozessbeginn hatte der damals 14-Jährige die unfassbare Tat weitgehend gestanden. Sein Motiv für das grausame Verbrechen ist aber weiterhin völlig unklar. Angeblich spielte er schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, seinen Mitschüler umbringen zu wollen. Das Gericht stufte den voll schuldfähigen Teenager als potenzielle Gefahr für die Allgemeinheit ein, behielt sich deswegen die Sicherungsverwahrung nach der Haft vor. Dies bedeutet, nach Verbüßung der Strafe im Jugendknast wird von einer Strafvollstreckungskammer geprüft, ob der Mörder dauerhaft untergebracht werden muss. Ein außergewöhnlicher Schritt der Justiz bei Minderjährigen. Finns-Verteidiger Dogukan Isik. Im Vollzug wird er therapeutisch behandelt. Er muss sich mit der Tat auseinandersetzen und die Chance nutzen, sich später wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Der Prozess fand aufgrund des Jugendschutzes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bei der Einfahrt des Justiztransporters zum Landgericht demonstrierte der junge Killer seinen Charakter. Aus dem Bus heraus zeigte er Fotografen den Mittelfinger. Rechtsanwalt Steffen Hörning vertrat die Eltern des ermordeten Jungen im Prozess. Sie sind über den Schuldspruch erleichtert, auch über die Entscheidung des Gerichts zur vorbehaltlichen Sicherungsverwahrung. Wichtig sei für nun seine Mandanten, dass jetzt Ruhe einkehre nach dem Prozess. Enttäuschend zeigte sich Hörning über die dünnen Angaben des Angeklagten zum Motiv. Allgemein gesagt, es blieben am Ende Fragen offen. Neben dem Mord wurde Finn L. wegen Erpressung in zwölf Fällen verurteilt. Anfang Dezember 2022 hatte der Schüler Briefe an die Nachbarn geschickt. Geldbeträge zwischen 30 und 50 Euro gefordert. In den Schreiben drohte er UA mit Anschlägen und Vergewaltigungen. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen ihn ein. Eine Woche später brachte der 14-Jährige seinen gleichaltrigen Mitschüler um. Die Ermittlungen in dem Mordfall sind noch nicht abgeschlossen, denn der 15-jährige Killer soll einen Komplizen gehabt haben. Katrin Söfger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover Anfang August. Aus dem Verfahren erhielten wir Hinweise, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen war. Inwieweit der mutmaßliche Mittäter vom Mordplan wusste, ist aber unklar. Nach Informationen war zunächst angeblich geplant, den Mitschüler zu entführen. Zu den laufenden Ermittlungen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.